Hi Leute, heute wieder ein Erklärbär-Video zum Thema Unterschied zwischen Raumwelle und Bodenwelle im Elfmeterband, also sprich dem CB-Funk. Und falls dich das Thema interessiert, dann bleib einfach dran. Okay, beim letzten Video hatte ich ja quasi die Ausdehnungsdiagramme gezeigt, die Unterschiede zwischen Viertel-Lambda, Halb-Lambda, Fünf-Achtel, weil ich ja selber in der Überlegung war, welche Antenne jetzt für meine Umgebung die beste ist. Und falls ihr das Video nicht gesehen habt, dann schaut da eventuell rein. Ich verlinke euch das Ganze auch gerne in der Videobeschreibung nochmal. Und ja, jetzt hat sich in dieser Thematik auch die Frage aufgemacht, ja was eigentlich ist die Bodenwelle? Ja, und dazu habe ich mich dann extra nochmal belesen. Es gibt da relativ verständliche Bücher drüber und ja, im Grunde genommen ist es ein sehr einfaches Thema. Und dazu habe ich euch wieder eine kleine Zeichnung aufgemalt, die das veranschaulichen soll. Und ja, bevor ich jetzt viel rede, möchte ich euch das ganze Ding erstmal zeigen, dass ihr so einen kleinen Eindruck habt. So, und wie jetzt genau das aussieht, man hat halt die verschiedenen Antennen. Das hier ist jetzt mal meine Antenne. Und beim letzten Mal, das zeige ich euch auch gerne nochmal, wieder hier blende ich das nochmal ein, dass man halt die verschiedenen Antennenarten hat. Die 5 Achtel hat eine sehr geradlinige Ausbreitung und dann nochmal die zwei Keulen nach oben. Und die Viertellambda, die breitet sich recht, ja wie soll man das sagen, so ballonartig aus. Also mit einer breiten Ausbreitung, also mit einer weiten Ausbreitung nach da und nach da. Und alles was hier unten lang läuft, also quasi über, dass jetzt die Erde ist, alles was so geradlinig über die Erde läuft, dieser Teil wäre dann quasi die Bodenwelle. Wenn die Welle, wenn die Welle quasi die Erde verlässt, dann wird sie dann letztlich auch zur Raumwelle. Aber eigentlich ist dann immer dieser obere Teil, der sich nach oben ausbreitet, also von der Antenne quasi so weg in die Ionosphäre und dort quasi den ersten Skip macht, das ist die Raumwelle. Und der Raum, Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel, also wenn das die Ionosphäre ist, es trifft so ein, dann ist es im gleichen Winkel, geht sie dann auch von dort wieder ab. Und der Raum dazwischen ist quasi der blinde Raum oder der tote Raum, da empfängt man halt auch nichts. Auf dem gleichen Weg müssten die Sachen halt zurückkommen und auf die Antenne treffen, um dann eine DX-Verbindung herstellen zu können. Aber in der Regel ist halt der Unterschied zwischen der Raumwelle, die Raumwelle ist halt die Welle, die direkt über die Ionosphäre oder magnetische Wolken abgestrahlt wird und wieder zurücktrifft. Und die Bodenwelle ist die, die sich wirklich über dem Boden ausbreitet. Das ist quasi das, was man so im Nahbereich immer empfängt. Ja, und das ist im Grunde genommen der Unterschied. Was jetzt noch wichtig ist bei der Wahl der Antenne ist, und da kommen wir wieder zu diesem Diagramm mit der Ausbreitung, wo ist jetzt der Standort oder welcher Standort ist für welche Antenne gut geeignet? Und da ist halt die Frage, ich sage immer, probieren geht immer studieren. Wer natürlich die Möglichkeit hat, alle Antennenarten einmal auszuprobieren und für sich das Beste herauszufinden, ist natürlich schon mal gut beraten. Wenn man das machen kann, ja auch die materielle Power dazu hat oder die monetäre, dann ist das natürlich super, weil ich sage immer wirklich, probieren geht einfach unter Studieren. Man kann viel Bücher lesen, aber das Leben findet letztlich nicht zwischen zwei Buchdecken statt. So, aber um im Vorfeld schon mal vielleicht, um auszuschließen, wenn man jetzt in einem Tal wohnt, und da kommen wir jetzt gleich zu der nächsten Grafik, die ich dann vielleicht hier nochmal einblende. Wenn man in einem Tal wohnt und man hat rechts und links Berge, dann kommt man mit der Bodenwelle natürlich nicht so sehr weit. Oder man kommt schon, aber halt nur so weit, wie das Tal halt zu Ende ist. Und ja, die Ausdehnung, also wie das Diagramm der Ausdehnung ist, der Antenne macht dann jetzt hier den Sinn, wenn die natürlich so ist, also wie so ein Schmetterling, so einen breiten Flügel hat, dann könnte das in einer tieferen Ebene günstiger sein als eine Ausdehnung, die halt geradlinig ist, wie bei der 5,8. Also da in einem Loch, wenn man irgendwo in einem Tal wohnt, könnte das günstiger sein mit einer 5,8 oder einer 1,25 Lambda oder einer 1,5 Lambda zu funken, weil dort halt die Ausbreitung anders ist, als bei der 5,8, die relativ straight ist. Wobei das nichts heißt. Wie gesagt, also jede Umgebung ist anders. Jeder hat, also man kann das nicht pauschalisieren. Man muss es manchmal einfach wirklich ausprobieren. Aber so vom Grundgedanken her könnte eine Halblambda dann je nach Umgebung besser sein als eine 5,8 Lambda. Wer allerdings auf einem exponierten Platz, also auf einer Anhöhe oder Ähnlichem wohnt und da alles ringsherum frei ist, der hat natürlich nach unten, also der hat keine Hindernisse und der kann natürlich wunderbar dort über die Bodenwelle, aber auch die Raumwelle funken. Das ist natürlich dann für denjenigen super. Meistens wohnen die Leute nicht direkt einzig und allein auf einem Berg. Von daher gibt es da immer Kompromisse. Irgendwo muss jeder für sich herausfinden, was da das Beste ist. Das ist klar. Aber eins sollte man sich vor Augen halten und zwar, jetzt kommen wir zur dritten kleinen Zeichnung, die ich dort für euch vorbereitet habe und zwar, wie verhält sich eigentlich die Funkwelle und im Grunde genommen kann man sich das im Groben und Ganzen vorstellen, dass sie sich verhält wie ein Wasserstrahl. Der Wasserstrahl, der, wenn man also mit viel Druck einen Wasserstrahl erzeugt, der läuft allerdings immer, also endlos. Es breitet sich aus wie das Licht, also die Funkwelle breitet sich aus wie Licht, also endlos weit. Und jetzt ist aber im Elfmeter-Bereich, das ist halt eine Welle, die etwas, wie soll man sagen, die ist halt so ein bisschen anfällig. Im Ultrakurzbereich, das kann auch schon mal irgendwo durchgehen, also da machen zum Beispiel Bäume und Blätter nicht viel aus. Es geht da durch bei Stahl oder Stahlträgern oder dickeren Gebäuden oder größeren Gebäuden oder Ähnlichem. Da wird es natürlich auch abgeprallt, also da hat man schon so seine Probleme. Aber das Elfmeter-Band, also die 27 Megahertz, die sind ein bisschen empfindlich und jedes noch so kleine Hindernis, auch Bäume und Blätter und Ähnliches, fängt an, also da fängt die Welle an, sich zu streuen. Das heißt, die trifft daran auf und fängt an, sich zu zerstreuen. Es ist halt so eine Sache, die halt für das Elfmeter-Band so ein bisschen symbolisierend ist. Und deswegen ist es dann schwierig zu sagen, ja, die und die Antennenart ist immer das Beste. Also es gibt da nicht diese Geheimformel X, wo man sagt, damit ist man immer am besten. Dann nützt es auch nichts, mehr Energie auf die Welle zu geben. Der Strahl wird dann zwar stärker quasi, der Wasserstrahl wird dann stärker, aber das Einzige, was passiert, wenn es irgendwo auftrifft auf ein Hindernis, ist, es spritzt quasi mehr Wasser umher und der einzige Effekt, den man dann eventuell dadurch erzielen kann, ist, dass man da durch die, quasi durch die abprallenden, also sehr stärker abprallende Funkwellengewitter, denn das dann darüber noch irgendwie, ja, Reste bekommt oder dass man da noch irgendwas hört. Aber in der Regel ist es eigentlich gar nicht nötig. Also der beste Verstärker ist eine gute Antenne am richtigen Ort angebracht. Und ja, das ist quasi so ein bisschen bezeichnend auch für das Elfmeter-Band. So, ja, und falls ihr noch Fragen habt zu dem Thema, falls ihr noch irgendwas wissen wollt oder was nicht verstanden habt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich versuche, das so adäquat wie möglich zu beantworten. Ansonsten hoffe ich, dass der Unterschied zwischen der Boden- und der Raumwelle dann klar geworden ist für alle, die es quasi noch nicht wussten, vielleicht Einsteiger und Neulinge. Und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Hobby, bleibt gesund und bis bald. Ciao!